Jo, was geht ab YouTube? Herzlich willkommen zu Let's Play FIFA 17, 1 gegen 1, keine Ahnung wie wir das nennen, mit dabei ist der liebe Reisnick. Ja, der Redox ist mit dabei, wie ihr es schon gehört habt und heute darf ich wieder aussuchen, es steht 1 zu 1 bei Redox vs. Reisnick bei FIFA 17, wir sind in Part 14 unterwegs. Heute darf ich aussuchen, welche Liga wir haben, das haben wir ja am Anfang, oh mein Gott, jetzt geht es, der letzten Folge bestimmt, dass immer der Verlierer die Liga aussuchen darf, Leute. Und der Luke ist schon in der richtigen Liga, wir nehmen die klassische 2. Bundesliga, gar nicht drum herum schnacken, einfach direkt die Liga raushauen. Wir nehmen Hannover 96, ich nehme dann die Liga Stuttgart, sehr nice, Stuttgart ist on the way und ja, so ist gut. Ja, so. So. Ähm. Team Management. Ja, dass wir auch noch eben was umstellen. 1 zu 1. Ist knapp, ne, Leute. Ja, aber Leute, ist doch klar, wenn das so wird, natürlich ich. Ja, ich hoffe, natürlich für euch, also ich, meiner Meinung nach, haben wir beide eine Chance. Und, äh, für euch ist das natürlich auch mega nice, ihr habt spannende Kämpfe und nicht so, und nicht so, dass ich, äh, was weiß ich, äh, dem Luke viel zu gut bin, der Luke viel zu gut für mich ist. Das ist alles schön gleich, das ist sehr nice auf jeden Fall. Und ja. Alter. Was ist? Meine ganze Auswechselspielerbank. Mhm. Das sind alles Verteidiger. Ah, doch. Alles Verteidiger. Rechts Verteidiger Großkreuz, Links Verteidiger Heißen, Innen Verteidiger Nussi, Rechts Verteidiger Zimmermann. Alles klar. Ja, Leute, also geht ab bei Stuttgart, ne? Kann man mal machen, ja. So, Leute. Wer gewinnt dieses Spiel? Schreibt, bevor das Spiel schon, äh, gespielt wird, schreibt es jetzt mal in die Kommentare und nicht nach hinten spulen und gucken, wer es dann gewonnen hat. Schreibt es jetzt mal rein und, ähm, mal sehen, ob ihr dann recht habt oder nicht. So, jetzt geht's los. Wenn der Loop nicht frei, bereit drückt, dann geht's jetzt so los. So, Leute. Priebe. Wir spielen hier mit Priebe. Und da haben wir das Tor, Leute. Da. Das war schöner. Ähm, ich hab ja auch, äh, neuen Trick geguckt. Ähm. Habe ich jetzt gefunden, äh, den werde ich natürlich auf jeden Fall im Spiel einbringen, wenn ich den kriege. So, Leute, jetzt schon alle Tore geschafft und jetzt geht's los. Oh, das geht schon mal gar nicht gut los, Leute. Was ist denn das hier schon? Was ist denn das für ein Wahnsinnsstart? Das war schon mal hart an der Grenze, äh? Aber Leute, kein Problem. Es ist so aus, als kämen Sie durch, aber jetzt ist der Ball weg. So, den Ball haben wir. Schmiedebach. Arthur Sobeck. Das könnte die Chance werden. Nein, ich hab gedacht, du läufst in die andere Richtung, egal. Alles klar. Oh, oh. Oh, ey, Peter. Der hatte Ball. Was? Da schickt er die Mischung ab. Arthur Sobeck. Uh. Alter, Leute, das ist so spannend. Und, Alter, ich hab so mega Bock gehabt auf die Aufnahme, Alter. Jetzt kann's gefährlich werden. Können Sie jetzt einen Angriff aufziehen? Den Ball kann er abfahren. Oh, ich dachte, du griechst schon an den Ball. Gut gespielt, Ball geht nach außen. Der war auch aus der Außenbahn. Der war auch aus der Außenbahn. Und ich habe nicht einfach genug Zeit. Oh, Leute, ich hab gedacht, ich kriege den noch irgendwie. Ja, okay, das würde mich richtig getroffen. Alter, der war nicht richtig getroffen. Alter, der hier wird's geil. Ey, äh, dieser Kampf auch, ne? Ja, klar, wir wollen beide die erste Staffel gewinnen, die premiere staffel natürlich klar so leute und jetzt kommen wir schön durch und jetzt kommen wahrscheinlich und jetzt der versuch defensiv waren sie es gut maxi mit dem ball am fuß richtung gegnerisches tor schöne flanke das ist aus weiter geht es mit einem einwurf nun heute und er hat Donnerstag genau ja aber nicht mehr da hat er mich hausklar abgezogen aber alles klar gut verteidigt hier wird das eine torchance das wird nicht nein leute leute wir wollen uns den ausgleich pass auf die jetzt komplett drehen ich finde ich auch viel absperren ach komm das du weißt doch ganz genau dass ich ausgleichen werde und das erste tor ist gefallen 25 minuten sind schon vorbei schiedsrichter entscheidet und weil wir dann in den neuen neuen ein paar männern sehr gut aufgepasst noch so Danke, nein, nein, ich habe gedacht, oh ja, Junge. Ich dachte, du kommst nicht mehr. Ja, ich habe nicht mehr. Okay, ist vorbeigeziert, ist vorbeigeziert. In Sua. Sie warten ganz geduldig auf Ihre Chance. Vielleicht müssen Sie das Tempo aber auch noch mal anziehen, um hier zu einer Torchance zu kommen. Nein, ich dachte nicht, das ist der erste Spiel, die Sie mit diesem Karten haben, die Karte zu machen. Alles klar. Ihr übertreibt. Das ist 30. Minute und er sagt, ich gewinne, alles klar. Ja, okay, jetzt bin ich am Arsch. Nee, ich muss es riskieren. Alles klar. Oh Mann, Leute, es läuft gar nicht gut. Es läuft gar nicht gut. Mann, Leute, es läuft gar nicht gut. Wir müssen jetzt uns hier definitiv konzentrieren. Hä, niemals rot-gelb. Das ist korrekt. Es gibt gelb. Die gibt es vielleicht nicht jeder, aber geht in Ordnung. Das war klar. Die Flanke kommt rein, aber da wird nichts draus. Abgefangen. Los, los. Oh, jetzt rot, rot. Dank dir, rot, rot, rot. Ich hätte Tor gemacht. Ich hätte Tor gemacht, rot. Ja, der, ja. Der holt von hinten raus. Telefon! Der holt von, ja. Der holt die rote, ja. Habe ich da gesagt. Easy und tschaui tschaui. Der Platzverweis, wie ich finde, Wolf absolut vertreten. Alles klar, was machst du jetzt? Hallo? 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 Alles klar. Ey, jetzt habe ich kein Richtiges bekommen. Nichts? Ja. Ich habe kein Richtiges. Warum? Meine Mutter glaubt sich, dass wir zwei Jahre lang sind. Werner. Wie er einfach nicht wegrammt. Das ist ja schon wieder unfassbar, oder? Sehr guter Einsatz. Jetzt müssen Sie aufpassen. Da steht die Abwehr sicher. Geht da rein. Sehr gut gemacht vom Toll. Nein! Kacke! Ja, okay, das ist meiner. Nein! Ich habe gedacht, es wird Abstoß. Alles klar. Das sah gut aus bis hierhin. Das ist jetzt seine Chance. Nein! Nein! Oah! Das wäre fast der Ausweich gewesen. Mann! Mach den! Geht nicht weiter mit einem Treffer hin. Wie knapp! Boah, ich k... Alter, die knapp das war alter. Alter! Ja, okay, so Leute. Aber direkt weitermachen. ich habe es wenn man dann noch irgendwelchen einwechselt der Schiedsrichter pfeift an die zweite Hälfte läuft schon die ganze Zeit Gute Aktion. Ja? Oh, als ob du das nicht mitbekommen hast. Ach so, ja du hast Brot gekriegt. Alles klar Junge. Hör mal auf damit. Da hat der Torwart gar kein Problem. Ja, die ganze Zeit weg zu Gretschen. Sauber von Ball getrennt hier. Macht doch kein Foul, was hast du? Oh, werft sich doch nicht hin, ich stehe wieder auf. Er schießt. Der wäre gutgekommen, aber der Schuss wird abgeblockt. Arthur Sobi. Ja, genau, alles klar. Ey, hier ist es okay. Wird das eine Torschuss? Ganz stark gemacht. Yes! So, Leute. GG. Kein Problem. Locker bleiben ist das Beste. Ich geb nicht auf, ich geb nicht auf. Leute. Jetzt sind sie zurück im Spiel. Und schon sind wir wieder mittendrin und es ist schon wieder alles gleich. Es steht eins zu eins. Es ist alles wieder gleich. Jetzt könnte es gefährlich werden. Gut gearbeitet. Er hat den Ball. Nicht! Nein! Weiß ganz genau. Das gewinne ich jetzt. Und jetzt der Schuss. Nee. Sie sind heiß auf den Sieg. Nein, 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 nein. Klappen können. Mit dem Ball am Fuß Richtung gegnerisches Tor. Prepp. Klasse Einsatz, aber kommt noch an den Ball. Und das ist ein. Und die Chance. Nein! Nalo! Ein Tod, den ich drinne war. Der Mende fehlt nicht viel zum Tor. Ganz alleine. Alles klar. Säber macht das Ding nicht und glaub nicht. So. Und jetzt sind hier noch 30 Minuten zu absolvieren. Zimmer. Das könnte der Gelegenheit sein. werden mit seinem einsatz verhindert er dass der schuss aufs tor geht felix klaus gute ball führung und das will er jetzt alleine machen leute leute so gute chancen ohne ein nein 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 den haben wir den mann wir nicht ich habe kurz gedacht, dass wir mein Torwart GG so Leute, gelb, adios Amigos, Florian Kleine hey Leute, okay Leute, wir kriegen das hin Leute also, wie zählt man hier, ausgepassener Schuss so, und go jetzt wird es gefährlich yes, Leute, dann eben so Leute, wir laden 0 zu 1 hin und jetzt führen wir mit 2 zu 1 oh yeah, Leute, also ich sag's euch, das ist so übeltspannend, Leute, das ist das geile an unserer, ja, an unserem zäberwitzigsten Projekt was sagt er jetzt zu? noch sind hier 20 Minuten zu absolvieren wir sehen hier gerade die wahlreiche Statistik in der Blatt ja, ziemlich ausgeglichen und passt so im Großen und Ganzen auch zum Spielverlauf naja, nicht schlimm fairer Einsatz hier ergibt Freistoß, klar ja, okay, geht nicht zu, es war was ah, ja, GG, alles klar ja, ja, bei mir liegt auch gerade ein bisschen vor allem Glück gehabt jetzt passt alle das war ja, kann man jetzt so sehen, aber ich finde, es ist so gerechtigt das könnte gefährlich werden Leute, Leute, Leute und da war er zur Stelle, super Parade ah, das klappt, was machst du? hallo? ah, es tut mir leid, meine Mutter ist wieder da ich hatte jetzt gerade Angst, dass da jemand kommt bei dir aufgenommen ah und bei der nächsten Unterbrechung wird hier gewechselt und weiter spielen hat auf Vorteil entschieden klasse, da sieht er, dass sich eine Chance ergeben könnte wenn deine Mutter, die erzielt, dass du das K20 bei dir aufgenommen wird es jetzt gefährlich oh nein, 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 oh nein, hä, hä, wo kommst du denn jetzt her? gut abgeblockt, so wird nix aus der Flanke gefährlich flanke der Rotte oh, Leute, komm, 10 Minuten Spielzeit noch, Leute wir müssen doch wohl irgendwie das hinkriegen aus für sie hier in der Schlussphase Bussi aktuell liegen sie vorne auch wenn der Vorsprung nicht besonders groß ist sie müssen das hier Ecke Ecke Leute Ecke 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 und nein ist alles klar ich hab nichts gesehen aber okay wenn der Schiri das sagt ne dann ist es wohl so ja für mich geht es in Ordnung Wolf Hartes Einsteigen aber nicht überhart und jetzt mehr komm 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 alles klar und einleitend 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 lade ich nicht tun ist bis zum Ende alles klar ich hab nichts gemacht gewinnen wollen richtig tolle Stimmung hier die Fans hätten den Sieg auf jeden Fall verdient da steht man fest ja sie geben alles unter und wieder ein Foul sieht ihr jetzt die zweite gelbe Karte und nein ich hab rot alles klar okay tschau hier ja ich hab rot ich hab Geld rot tja dieser Platzverweis ist natürlich ganz bitter und damit fehlt der Abstand ja ist es egal ist es egal wir müssen jetzt nur gucken dass wir irgendwie den Schuss abhalten weil das wäre sehr leicht wenn ich hier 2 zu 1 in Führung ginge Leute da da das war so klar da und das wird nicht okay Leute also wenn wir jetzt noch ein Tor machen würden dann wären wir sicher aber ich glaub's nicht nein Leute nein 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 aber dann Schuss oh nein als ob als ob nicht im Meer an nein Leute ich krieg die Kotze ich krieg die Kotze ich krieg die Kotze ich krieg die Kotze alles klar Mann jetzt bin ich gespannt was hier nach dem 2 zu 2 passiert er steht gut und hat den Ball ja für mich ne ok natürlich nein so gut jetzt also die Nachspielzeit angezeigt und schon wird's hier nochmal lauter jetzt die Chance Arthur Sobe nein oh mein Gott Leute oh mein Gott oh mein Gott das ist nicht normal das ist alles nicht normal das ist nicht so wie es sein sollte GG ja hab ich grad wirklich die Krieg nur ich sagen ne also übelste Heftigkeit alter Leute was ist das das war nicht mehr normal nein wie knapp wie knapp wie knapp ja ok Leute gleich nur 2 zu 2 stehen das heißt wer das nächste Spiel warte mal Leute warte mal warte mal warte mal oh mein Gott Leute oh mein Gott oh mein Gott oh mein Gott oh mein Gott Leute oh mein Gott oh mein Gott oh mein Gott ist das jetzt wirklich passiert was für eine Dramatik hier das ist jetzt einfach zur Führung und wahrscheinlich auch zum Sieg nice alter Leute das müsst ihr mal wieder ein Donch nach oben bauen und hauen also als ob nice Leute alles klar nice easy jetzt 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 als ob ich da noch ein Tor geschossen habe Leute mega nice mega nice alles klar was kommt jetzt hier für ein Podium alter ja wenn ich den Leuten schreiben würde wie du hier schon wieder stehst vom linken aufs rechte Bein und zurück so wie die da auf dem Podium ach ja hier gibt mir den Pokal so Leute wir gehen auf jeden Fall äh ja ich will doch um so ein paar äh Worte dazu sagen äh ich möchte es immer so ein bisschen noch äh mal hinaus ziehen ähm war mega nice ähm also erste Halbzeit hast du Tor geschossen sonst war nicht viel ähm unterwegs und dann die letzten die letzte halbe Stunde ging es dann immer Tor, Tor, Tor und dann als ich dann so gedacht habe wir haben 2-1 geführt haben alles wieder aufgeholt als Luke dann das Tor gemacht hat in der 88. Minute habe ich mir gesagt nicht dein ernst und als ich dann das Tor geschossen habe habe ich mir nur gedacht alles klar Leute also ähm alles klar äh ne Leute ich freue mich dass ihr wieder eingeschaltet habt hier ähm damit steht es jetzt 2-1 in der ersten Staffel und ich kann in der nächsten Folge die Staffel 1 gewinnen und wenn ich 3 Staffeln gewonnen habe gewinne ich die Season 1 aber der Luke kann morgen auch ausgleichen äh und dann am Samstag in der Folge ähm gewinnen ja also ihr werdet es dann sehen ähm entweder habe ich Freitag die erste Staffel gewonnen oder am Samstag einer von uns das werdet ihr dann morgen in der Folge sehen ich bedanke mich dass ihr angeschaltet habt äh bewertet die Videos doch gerne gut schaut beim Redox vorbei und ähm jo ja Leute mir hat es auch auf jeden Fall richtig Spaß mit dem äh mit dem äh mit ja mit dem äh und äh schaut auf jeden Fall irgendwie vorbei Link unten in der Videobeschreibung wenn ich es nicht vergesse oder einfach auf meinem Kanal vorbeigucken und da ist der rechts äh ganz rechts außen verlinkt ja ich hab ähm den Redox jetzt auch verlinkt also schaut auf jeden Fall mal vorbei deshalb würde ich sagen hau rein ja tschau tschau euer Redox tschau tschau das 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 l das 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 das